Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Wallmann und als Präsidentin dieses Hauses freue ich mich, Sie auf der Seite des Hessischen Landtages begrüßen zu dürfen. Der Hessische Landtag in Wiesbarn ist als Landesparlament die demokratisch gewählte Volksvertretung der Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Hier, im höchsten Verfassungsorgan des Landes, wird die Politik für Hessen gestaltet. Also für Sie, die Menschen in unserem Land. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie immer aktuell über die parlamentarische Arbeit. Denn unsere Demokratie lebt von Öffentlichkeit und von Informationen. Deshalb lade ich Sie auch herzlich ein, uns vor Ort zu besuchen. Über unsere vielfältigen Besucherprogramme finden Sie bei uns im Internet alle Informationen und Ansprechpartner. Die Abgeordneten des Hessischen Landtags und ich als Präsidentin freuen uns sehr über ihren Besuch. Digital oder direkt vor Ort in Hessens Herzkammer der Demokratie. - Untertitelung des ZDF, 2020